ein video leute ja leute ich habe ps und und ja wir machen mit fifa und ps kaire und so und wir machen heute ein kaire aber der problem ist mit wem und ich gucke mal auf mein handy dass ihr meine stimme hört wartet leute ich wollte ich will mit dieser russische mannschaft machen zenit weil er ist einfach mein nicht so ja ich bin nicht fan von zenit aber die ist mein lieblingsmannschaft weil da eine iraner drin ist und ja ich guck mal leute lasst schon mal like der abo da wird mich sehr 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 freuen wir werden maradona und anzug will ich so man oder hemd wenn ich so man kann ok ok alles normal diesen ja alles normal und so das machen wir alles noch mal zusammen in eine anderes video und wir müssen auch paar transfers machen da sind wir wir gehen und so das ist so kapitel eins und so wie wäre es wenn wir die meisterschaft in der liga anwiesen sehen sehe ich genauso wir werden alle platten machen vor der presse ist ihr posten bei diesem feind der könig ihrer kaire es ist ein nur beginn ist groß immer mit meinem fußball lieb so leute mir ist egal was ich sage eigentlich aber welche art von fußball welche sie diese saison spielen lassen ich stehe vor sauber sportlich feiern fußball also leute hier haben wir alles gemacht und jetzt wollen wir paar transfers machen und wie ist der frage wir gehen zu verhandlungen ich will zum beispiel den verein auswählen ich will diesen spieler kaufen und der ist stürmer wir haben vier stürmer aber wir kommen gleich auch in die aufstellung und wir wollen den verpflichten und ich glaube die ist neu gewechselt und ich will was auch anders machen wenn andere vereins in asien es gibt in dieser iranischen mannschaft eine torwart das ist oh ah scheiße ich hab den äh ah okay okay wir haben schon mal viel geld dann äh gehen wir zu wir kommen ja na gut wir kommen nochmal bei denen dann da ist auch ein iraner will ich den äh gern kaufen die ist mittelfeldspieler und und ist er jetzt nicht da ah hier anreinungen und wir machen einfach was interessiert mich nicht ja wir gucken mal dass er annimmt oder nicht und die hallo ja unser erstes spieler wo wir verpflichten wir gucken mal bei strategie wir haben schon gute mittelfeldspieler muss ich dann ehrlich zu geben aber ja wir müssen gucken mal gucken was wir hier noch haben und das machen wir danach und wir simulieren erst die zeit und gucken was äh und und ja leute warum ist abgebrochen man ich will die spiele kaufen ja moment ich gucke mal was wir in jugendmannschaft haben ich glaube nie so gute spieler ja wir machen paar scouting zum beispiel äh zum beispiel gebiet england und komm wir machen england gesamtwertung und ja wir kommen mal was uns die england holt und ich glaube diese saison machen wir keine transfers wir haben eh gute spieler und wir brauchen keine transfers zu machen wir machen seit sieben minuten ok leute laschen mal ein like das abo da wird mich sehr sehr freu und ja ok der erste spiel steht an super cup das spielen wir selber und ich gucke mal was passiert und ja wir haben schon die aufstellung und so 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 ich will so merken da hinten spielen lassen und und war denn sie na gut ok wir brauchen zwei stürmer hier dann geht ein torwart hier raus da kommen diese olshatov oder so ich gucke mal was heute die beiden mazada asmon und shuva unser erstes spiel als trainer mit zenith let's go ich hoffe dass wir es gewinnen und 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 ja Ok Leute, ich guck mal, dass ihr diese Kommentator hört, weil ich will nicht, dass ihr hört, dann, ja, ich guck mal hier. Leute, wollt ihr es freuen oder nicht, ich weiß nicht. Ah, ich mach einfach weg, Leute, wartet. Für Spiele geht eh jetzt los. Wir stehen ja hier vor dem ersten ernstzunehmenden Spiel der Saison, eine Partie, die in der Vergangenheit hat immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die Kommentatoren gehen weg, ne, und, ja, das Spiel geht los. Wir gucken mal, dass wir unser erster Pokal holen mit Zenit. Oh, scheiße. Nein, Alter, wenn wir jetzt gegen Tor bekommen, nee, oder? Gehen wir an den Ball. Und wir merken, zu Schüwa. Sada Azmun läuft, Sada Azmun, Azmun, Azmun. Der muss den reinschießen. Der muss den reinschießen, Sada Azmun. Azmun macht das erste Tor. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Unsere Azmun macht das eins zu null. Okay, kann man machen. Okay. Jetzt geht's jetzt wohl wilde Gegner angreifen und den Tor schießen. Verteidigen ist schwer in PS, finde ich. Das ist nochmal Schüwa, Sada Azmun, die ist in der Abseits, ne, schade. Schade, schade, schade. Unsere Nummer 7, VCR7. Okay. Der schickt rein. Okay, okay, nein, nein, hallo, nein, hallo. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir hatten so viel Glück, dass dieser Ball einfach nicht rein geht. Aber da, Sada Azmun, Azmun. Der kann sein zweites Tor, zweites Tor schießen. Was macht er? Und der Nachschuss ist drin. Sada Azmun. Macht sein zweites Tor. Sada Azmun. Willkommen hier. Warum hat er den nicht eigentlich reingemacht? Tor war gut gehalten. Ah, und danach nochmal nur Schuss. Und ja, Willkommen, dass heute Sada seine Dreierpack macht. Hard Trick. Und ja, Schöber, Schöber hat den Ball. Ach, Schade. Okay. Bitte, lass schon mal ein Like, ein Abo da. Wird mich sehr freuen. Nochmal ein knappes Ding. Haben wir Glück gehabt. Jetzt ist weiter. Malcolm, nochmal. Kannst du Sada schicken. Ach, du Scheiße. Ja, komm, sowas musst du gar nicht machen. Nein, ist gefährlich aus, aber wir haben den Mann, okay. Sada ist am Laufen. Was machst du, Bruder? Erste Halbzeit. Und Azmun hat zwei Tore geschossen. Und wir gucken mal, dass er seine Dreierpack macht. Let's go. Leute, wenn wir so im Finale sind, so Superkopf, alles. Wir wollen nicht wechseln. Und ja. Was machst du, Malcolm? Azmun? Oh, der kriegt rein hier. Aber wenn der Finale so gefährlich ist, müssen wir wechseln. Wenn er so 2-1 hinten sind, müssen wir wechseln, weil dann ist es wichtig. Okay. Wir haben jetzt den Ball. Azmun nochmal. Azmun abseits. Abseits, abseits. Warum ist Azmun immer ins Abseits? Ich will seinen Dreierpack machen. Bruder, wenn du so einen Scheiß machst, dann kannst du keinen Dreierpack machen, Bruder. Okay, Tovat. Azmun. Malcolm, kannst du Azmun? Azmun, 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 Azmun. Alter, was ist mit dir los, Azmun? Ich glaube, der Torwart will nicht gegen einen Iraner sein Tor bekommen, sein drittes Tor bekommen. Das war kein Absatz. Elfmeter. Alter, Elfmeter. Alter, Elfmeter. Alter, Elfmeter. Und halte. Wir haben noch Chancen. Wir haben noch Chancen, den drittes Tor zu erzielen. Aber vielleicht nicht mit Saga Azmun. Azmun, der Ball kommt hier. Saga Azmun ist durch. Ich will eigentlich überlegen, aber nein. Ich will den Rhein schießen und Azmun macht den Rhein. Seinen Dreierpack hier. Saga Azmun. Stark, Junge. Ich wusste, dass er einen Dreierpack macht. Hedgewick für Saga Azmun. Schön durchgesetzt und schönes Tor. Wir haben den Supercopper gewonnen. Okay, 3-0, sind wir vorne. Der Ball kommt. Gefährlich. Wir haben den Ball. Nein. Haben wir den Ball? Ja. Saga Azmun ist am Laufen. Keine Absatz. Keine Absatz. Hä? Das war kein Absatz. Will Schiedsrichter mich verarschen oder P.S. Das will mich verarschen. Wir haben dreimal vollgemacht und die einmal muss groß. Der Spieler läuft da. Was machst du? Ich glaube, Saga Azun hat keinen Bock mehr. Töre auswechselt, ja. Ich glaube, Saga Azun hat keinen Bock mehr gemacht. Ich glaube, Saga Azun hat den Ball. Wir haben den Ball. Wir haben den Ball. Wir haben den Ball. Wir haben den Ball. Schade, dass das nicht reingegangen ist. Da läuft Saga. Nein, läuft der nicht. Schöber macht. Oh, nein, 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 nein. Nicht alleine. Saga Azun. Gute Parade von Toba. Aber schade, dass dieser Schuss nicht reingegangen ist. Wo gehst du, Bruder? Warte. Vier Minuten. Der Schieß von der. Kein guter Schuss. Und wir holen die erste Pokal. Und wir müssen uns an Saga Azun bedanken, dass er uns die Tore geschossen hat. Geil. Einfach geil. Gute Gefühl. Da sind wir Maradona, der freut sich der Typ. Mit seiner Bart. Einfach geil, Leute. Einfach geil. Und ja, wir nehmen die Super Pokal. Unser erster Titel. Isda. 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 Boom. 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 Fertig, Leute. Wir gewinnen 3 zu 0. Und das ist wegen alles. Wegen Saga Azun. Der hat uns die Tore geschossen. gefahrungstag ich glaube oh die Scouts sind da ok eine ist das eine ist das und eine ist Wesley wir kaufen ich komme aber guck mal dass sie kommt zwei jahre die Bonus und wir machen auch mit Wesley aber zwei jahre ja komm wir sagen drei jahre wir lassen die 100% spielen weil wir brauchen die Spieler und das ist echt wichtig ok Scouts haben wir auch gesehen jetzt müssen wir einfach ja wir haben unseren ersten Pokal gewonnen und Leute wir speichern jetzt diese das und ich hoffe es hat euch gefallen lasst schon mal Like da Abo da wird mich sehr sehr freuen und schreibt mal in die Kommentare wenn ich kaufen soll aber nicht so teure Spieler wie Messi Pianich oder Knapel oder so aber wenn ihr mehr Folge sehen wollt lasst schon mal Like da so kommt 10 Daumen schaffen wir und ja Leute Schöne schönes Weihnachten ich hoffe 2020 wird euer Leben besser oder ja wie man sagt gute Rutsch oder so und ich wünsche euch gute Weihnachten gute ja und das schon mal Like da habe ich gesagt und Ciao